Mein Bruder war tot und ich war so enttäuscht von Jesus. Ich meine, er kannte unsere Familie, er wusste, dass Lazarus sterbenskrank war. Und wo er dann gestorben war, haben wir ihn begraben und ich bin ins Elend gefallen. Ich meine, er war mein älterer Bruder, der Starke, der, der mich immer zum Lachen gebracht hatte. Ich habe ihn so extrem vermisst. Nach vier Tagen kam dann Jesus. Super! Vier Tage zu spät! Und das habe ich ihm auch gleich gesagt. Ich meine, er hat Lazarus seinen Freund genannt. Sogar Martha, meine Schwester, hat zu ihm gesagt, Jesus, wärst du nur da gewesen, dann wäre Lazarus jetzt noch am Leben. Und dann hat er gesagt, genau, Leben. Das soll Lazarus. Er ist dann aufgestanden und zum Grab gegangen und wir alle hinterher. Er hat, er hat den Stein wegrollen lassen und dann hat er gesagt, Lazarus, komm heraus. Und so wahr ich hier bin, mein Bruder kam heraus, lebendig. Das ist mein Jesus! Ja, kein Jesus! Jakab